Neues Rollenkonzept für Microsoft Defender, Update für den Teams Client und Raumsysteme, exportierte PDFs mit Information Protection automatisch verschlüsseln und Azure AD wird zu Entra. Hallo, ich bin Thomas und hier sind die Itelio Cloud Uncovered News. Bei uns gibt es jede Woche die neuesten Cloud News. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und jetzt geht's los. Wer schon mal versucht hat, für die Microsoft Defender Familie ein vernünftiges Rollenkonzept zu erstellen, kennt das Problem vermutlich. Es gibt entweder keine Rolle, die genau das abdeckt, was man braucht oder die funktioniert dann auch nur in einem der gefühlt 15 Microsoft Defender vor was auch immer. Ab nächster Woche beginnt der Rollout für das neue Rollenmodell, das diese Probleme hoffentlich verringert. In den aktualisierten Rollen sind Berechtigungen in vordefinierte Kategorien unterteilt. Diese Rollen werden auf alle aktuell unterstützten Defender Produkte angewendet. Das sind der Defender for Endpoint, der Defender für Office 365 und Defender for Identity. Weitere werden dann nach und nach folgen. Was ich besonders interessant finde, ist, dass man darüber Benutzer auch nur auf bestimmte Datenquellen über alle Portale hinweg berechtigen kann. Und damit kann man dann voraussichtlich auch wirklich komplexe Berechtigungsstrukturen abbilden. Falls ihr aber kein Interesse daran habt, die neuen Rollen zu verwenden, ist nichts für euch zu tun. Die bestehenden Azure AD-Rollen werden weiterhin genauso funktionieren wie bisher auch. In einem Teams-Gruppen-Chat kann eine weitere Person jetzt einfach hinzugefügt werden, indem man sie per Ad markiert bzw. anspricht. Daraufhin öffnet sich automatisch ein Dialog zum Hinzufügen. Dadurch spart man sich in Zukunft den Extra-Klick auf die Chat-Option, wenn man jemanden ansprechen möchte, der noch gar nicht im Chat drin ist. Wie ihr wisst, updatet sich die Teams-Anwendung normalerweise von selbst. Es gibt aber noch einige Szenarios, in denen das nicht so ist. Nutzt ihr z.B. den Machine-Wide-Installer, muss Teams durch einen Admin aktualisiert werden. Offiziell supportet Microsoft jeden Teams-Release nur 90 Tage lang. Diese hat es keine großen Konsequenzen, wenn die Updates eine Zeit lang vernachlässigt wurden. Ab jetzt werden Client-Versionen geblockt, deren Release-Datum mehr als 90 Tage vor dem Release der aktuellsten Version liegt. Das heißt also, dass ab diesem Stichtag User nicht mehr arbeiten können, wenn ihr Teams zu alt ist. Das Ganze wird voraussichtlich im Januar live gehen. Bis dahin solltet ihr eure Clients auf die aktuellste Version heben. Macht ja eh Sinn, sonst kriegt man die neuen Features und Verbesserungen auch nicht. Teams wird in der Regel nur einmal im Monat geupdatet, also sollte das machbar sein. Für die Teams-Raum-Geräte unter Windows wurde die Version 4.15 released. Damit kommen einige Verbesserungen in der Usability, die auch dringend notwendig waren. Der Meeting-Chat kann jetzt am großen Raum-Display neben den Webcams der Teilnehmer angezeigt werden. Teilnehmer im Raum können dafür auf dem Touchpanel den Chat anzeigen oder verstecken. Falls ihr die Chat-Funktion für eure Räume administrativ deaktivieren wollt, könnt ihr das über die Config XML tun. Außerdem können vom Raum aus Whiteboard-Sitzungen gestartet werden. Dafür kann eine Person im Raum über den Teilen-Button auf dem Touchpanel das Whiteboard erstellen. Dieses wird dann automatisch dem Meeting-Organisator zugeordnet, sodass dieser dann im Nachgang vollen Zugriff hat. Die Kamera-Anzeige der Teilnehmer kann jetzt auch zwischen an Bildschirm anpassen und Bildschirm füllen umgeschaltet werden. Dann sieht man endlich auch nicht mehr nur eine Gesichtshälfte eines Meeting-Teilnehmers, weil das automatische Framing nicht richtig funktioniert. Wenn in einem Meeting mehr als 1000 Teilnehmer sind, können weitere nur als View-Only Teilnehmer eintreten. Bisher ging das von dem Raum-System aus nicht. Mit der neuen Software-Version funktioniert es jetzt genauso wie im normalen Desktop-Client. Zusätzlich kann man jetzt endlich über eine Meeting-ID an Zoom-Meetings teilnehmen. Dafür einfach die ID übers Touchpanel eingeben und los geht's. Außerdem wird mit dem Update die Video- und Audioqualität in Zoom-Meetings deutlich verbessert. Über Microsoft Purview Information Protection können Dateien verschlüsselt und geschützt werden. Wenn man aus einem verschlüsselten Office-Dokument eine PDF exportieren möchte, dann geht das jetzt. Und zwar genauso wie man es sich vorstellt. Man erstellt eine PDF und das neue Dokument hat automatisch die gleiche Verschlüsselung bzw. Zugriffsberechtigung wie das originale Dokument auch. Ich find's super, weil das hat wirklich schon lange gefehlt. Das Microsoft Entra Admin Center geht jetzt live. Im Entra-Portal werden das Azure AD-Portal und Entra Permissions Management vereint. Ab jetzt wird nach und nach der Link zum Azure AD-Portal im M365 Admin Center automatisch aufs Entra-Portal weiterleiten. Also nicht wundern, wenn alles plötzlich anders aussieht. Ihr könnt alles, was ihr bisher im ARD-Portal gemacht habt, genauso im Entra-Portal machen. Ihr werdet selbst merken, so richtig fertig sieht es noch nicht aus, aber es ist funktional und das ist ja die Hauptsache. Am Ende noch was in eigener Sache. Wir suchen nach wie vor neue Kollegen und Azubis. Wenn ihr Interesse an einem Top-Arbeitgeber im Kreis Rosenheim habt, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf euch. Einen Link zu unseren offenen Stellen findet ihr unten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da und wenn nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Italio Cloud Uncovered News. Bis dann! ? ? ? ?